Wahrscheinlich seid ihr längst im Bild, aber ich erzähl's euch gerne nochmal. Am 14. September findet der Rheinische Kindergottesdienstag statt. Herzliche Einladung dazu. Unter dem Motto Gott schuf die Menschen zum Bild Gottes erwarten euch viele spannende Dinge. Ganz am Anfang erwarten wir Svenja Gluth mit einem spannenden Impulsvortrag zum Thema Inklusion in der Kindheit. In zwölf unterschiedlichen Workshops könnt ihr die kirchliche Arbeit mit Kindern in ganz unterschiedlichen Facetten und Perspektiven kennenlernen oder bewährtes Vertiefen. Es wird eine ganze Menge Marktstände geben. Ihr könnt mit VertreterInnen unterschiedlicher Arbeitsbereiche ins Gespräch kommen, neue Materialien kennenlernen und einfach stöbern. Das ganz besondere Highlight am Ende des Tages, wir erwarten Judy Bailey und Patrick de Poole mit ihrer Konzertlesung Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Ihr seht, es wird bunt, es wird vielfältig und vielleicht fällt auch das ein oder andere aus dem Rahmen. Wir freuen uns, wenn ihr euch anmeldet zum Rheinischen Kindergottesdiensttag am 14. September. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin!